Ups Mimi Bibi LOL Lass das ja Lass das ja sein also ich hab mich grad verjagt von einem von einer Fledermaus erschrecken lassen ich mich von einem Baby-Zombie Nils komm mal zu mir LOL Alter die Fledermaus Sammy sollte mal Trick zeigen komm mal das wollte ich auch das wollte ich auch machen ja das wollte ich auch machen ich wollte genau unter dir machen ja als auch ohne Witz jetzt komm mal her mach mal Fackeln ich hab keine Fackeln mehr oh danke bitteschön wollen wir mal bei der Lava gucken ja man ne ohne Witz machen wir echt ich geh zu der Lava hoch Sammy schlägt sich in die Lava nein als ob er es machen soll nein Sammy doch nicht nein ich weiß halt nicht wie hoch die ist guck mal Nils komm mal hier ganz kurz ja guck mal das ist so geil laut komm wir können hier hoch Alter gib mir mal Fackeln ja wir können doch hier hoch geh mal da hoch Alter ich sehs grad haha da ist ne Truhe dein Ernst? ja dann bau zu Mama Mia fuck und kein Sattel ja ernsthaft ja Alter was für ein Pech wir haben das sind nur noch äh Kürbenskirche jetzt noch ein Tror wo und wieder kein Sattel zahlen mit der Ehe Spitz sind jedoch mit die Truhe er macht du halt die Logen können wir gut gebrauchen natürlich ja komm mal pass auf der Kult jetzt kurz guck mal was gesehen Sammy das ist ja ja ich sehe sie in Grafik Grafik und komm mal hier wenn Sammy ganze um und das ist auch ein auch ich Schla Flachstab Schiedschen Warten Schiedschen n die Lüge die Leuchttemberg ich hab noch 0 was er bleibt dies immer ein die Kleidung aus Lohr was alles zu sehen die das weiß nicht so groß ist früher ging es mit den Männer weil es jeder extra dran mann die Gäste die Gäste das hat dran! Du bist doch kack! Lappen! Das wollte ich! Oh guck mal hier gehts runter, das wollte ich freilegen! Ja da ist ein Skelett man! Und ein Zombie! So ein Lappen ey! Hier gehts weit! So ein Lappen ey! Alter das war knapp! Wer hat's doch runtergesprungen? Ich geh mal äh... Den Gang da lang? Ja im Dunkel ist ne tolle Idee! Ne ich bin runtergegangen! Jetzt hast du auch runtergesprungen! Ja wo bist du hin? Ich bin auch runtergesprungen! Ja aber ohne Fackel! Ich hab keine Fackeln Sammy! Gut ihr seid echt gut equipped! Ja Sammy hat die ganzen Fackeln! Ja hier dann nimm mal ein paar! Meine Fresse! Moin Fritte! Komm wir gehen hier runter! Hier ist geil! Bist du sicher? Warum leuchtest du nie aus? Lappitzlarzuli! Ja man! Hallo Herr Skelett! Oh! Ja ja klar! Das wär nice gewesen! Ha! Ha! Ich bin das am Moral! Ja das siehst du! Man kann schlagen und essen gleichzeitig! Das find ich lustig! Übel! Hier ist ne riesen Schlucht gell! Ha! Ne es kommen wir gehen hier runter! Hier ist Gold! Boah was bin ich! Ich hab noch ein Herz! Sammy! Was? Rettest du mein Leben? Ne! Ach jetzt ja auch voll wenig! Dauerndes Gold gell! Ja! Der Nummer ist auch Gold! Ist echt so! Oh! War das grad ein Kompliment an meine Mutter? Vielleicht! Was? Haha! Du bist jetzt dein Milb-Hunter! Haha! Haha! Ich schlafe viel! Ich bin ein Milb-Hunter! Ha! Ha! Das ist eigentlich schlafen wir gar nicht! Komm wir gehen! Hier hin! Nils! Ich bin so lang weg! Wo bist du hin? Weiß ich nicht! Weiß ich nicht! Ich bin am Ende! Ich bin am Ende des Ganges! Warte ich komm zurück! Du bist da unten? Ja ich bin ganz unten! Ja ich komme! Komm wir gehen hier rein! Bist du bei der Lava vorbei? Nice! Alter! Bist du bei der Lava vorbei? Ja! Hier gibt's wie viele Gänge noch! Alter wir haben so Glück! Dein Ernst! Ja! Hier rein! Wo denn? Ja rechts äh links von dir jetzt! Du bist da runter! Rechts äh links! Da wo das Wasser ist man hier! Alter! Dieses scheiß Stimmel! Ich mach jetzt mal das Wasser weg! Das sind übel viele Gänge noch! Geh! Was? Das hat's schon gelohnt! Ja! Komm wir gehen hier am Rande einen Mann lang! Am Rande des Ganges? Ja! Jetzt ist so unlustig! Hier ist übel so! Ist echt so! Ich hab grad vollgegeben mit Schwarzmut! Und PK wieder kaputt! Gut! Mal! Me-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee-ee! Pass auf! Hm! Ich hab nur geübt für Notfall! Domus Gold! Ich hol Gold! Es ist nicht gelettet! Ich hab keine Eisenspitzhacke! Samy hast du die Eisenspitzhacke ne? Nee! Haha jetzt komm! Hol dir mal das Gold hier oben! Hallo Skeletz! Wo bist du denn? Hold call da hinten! hol doch mal das Gold hier! Dann hol du das Gold hier! Wo denn? hier kommt es ist richtig viel ist nur aber da hoch hier hinter der mann warte fragt warum ist die spinne aggressiv weil es regnet weil es regnet beim regen machen die auch so viel ja wollte mal wieder hoch kommen mit mir pennen ja ich geh jetzt auch hoch ein soll nicht mit der ist er dass die wasserfall hoch verschwimmen ich gehe hier hoch den Wasserfall Loll ist fett ist wie er es kommt die scotty wie wir auf scotty Kinderkuchen warm 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 mit einem epischen er ist er mit einem Pferd ist ausgebrochen Loll ich habe mit der abgeschossen sie müssen Spaß was denn wer jetzt gestorben wer ich jetzt gestorben also was haben die denn für ein aimbot das ist echt so denn den gleichen den ich benutze ja ja kommt jetzt hoch wir dürfen es hausen und nicht sehen wir dürfen es erst sehen wenn es fertig ist okay ach so wahrscheinlich ist gar nichts da wie sollen wir es denn sehen das würde ich dann ja sagen also wenn wir es wieder hoch gekommen hochbauen ja toll ohne Material ich habe Material aber nicht gut und so auf Englisch das ist nicht besser hinsicht ich weiß nicht mehr h h Prozent Samir ist der Pferd wieder eingefangen nirgst du bist du ein alter Niklas dankeschön freundliches mit dem Kopfhörer aus demnächst ich h er hat er er wird der Weg zu zenten zu zenten das ist eigentlich schon voll nirgst fährt hat wieder Folge das draufgesetzt er stimmt es halt von selber er das ist gut und es sei der ist ja ich mache noch Eisen ab Samirn hier sind wir Niki was hast du mit dem mit unserer Basis gemacht das war ein creeper das hast du ja toll gemacht ist die truhe noch da nein warum da ist da waren geile sachen drin aber egal das pferd ist auf dem dach alter wert ist andere bett das pferd ist auf dem dach das aber schön wetten semi tut uns jetzt töten wieder wett ich mit ihr unser bett kaputt machen wetten abgehauen das ist oben auf dem dach untergesprungen du kacklappen nein nein nicht in die schlucht alter es ist fast in die schlucht gegangen das hat richtig ich sehe und wie geht es mit nicht erheben müssen oder und aber der zum lieben Tomy springen wenn die lichtige schlafen hier ist immer noch an einem neuen Spanien von Nils ohne Witz zu immer zu haben töten lassen jetzt kommen doch einfach mal der mensch die machen das haben wir was ist da na ooooh ooooh ich komme, tschüss, ich komme oh jetzt fick ich den Arsch jetzt macht mal ich komme auch schon kriege ich auch ne Rüstung alter Nils ist es okay da komme ich auch ne Rüstung ich habe erstmal aus dem Fenster mein Pferd gesehen, das da durch die Gegend hops das ist weil wir noch mal ein Krieger, ich bin Indien, ich kann ja auch ne Rüstung machen guck dir mal mein Pferd an Nils, komm, wie schlau das ist guck dir das mal an das ist gut das ist ja mir sicher